ja heil willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüß euch zurück zu let's play king der mars final mix in der letzten folge haben wir atlantica mit uns gelassen und wir wollen jetzt uns erstmal hier im was ist warschau beziehungsweise hier im mogri laden ein bisschen vorbereiten für den nächsten cup und zwar den ich komme fast nichts herstellen das ist geil wir machen den nächsten cup nämlich und da wollen wir natürlich gut ausgerüstet sein ich kriege weniger api haben wir anders ja warum nicht so das gefühl ich brauche mir anders kraft da kriege ich mehr ap und abwehrkraft lp und angriffskraft ok ap angriffskraft und abwehrkraft durch die kraftkette nehmen immer die mag ich genau so viel nachher habe ich genau so viel wie donald irgendwann noch die dinge zu erhöhen wie er hatte ich glaube ich dann muss man den her und das verblings und du kriegst den eis geringen weil du brauchst mehr verteidigen als sonst irgendwie aber wenn du halt mich jetzt bin gar nichts bekommt das egal ist doch egal machen wir was leisten kann mir ich habe mich da nicht immer neues schon herstellen kann mir im grieb laden so kommen wir neue sachen kaufen ich kann mir immer noch nicht dazu leisten hier gucken wir mal ob ich im ding und zwar machen kann ich kann doch die verlorene seite machen nein nein da muss man nicht ich glaube nicht dass der neues hat aber noch die gleichen direkt dann machen wir den nächsten cup eben warum bin ich 30 bis mal erschaffen und der ich weiß noch genau was da passieren wird in dem cup also ja wird glaube ich nicht so wo sich bei mir erste platz wenn wir sehen sollte items ausrüstung genau gehen wir zum heroinen platz ich glaube der part wird nicht so lange leute nicht mehr für aufnehmen schafft ob ihr fahrt aufgenommen hat reicht doch da wir haben neue schilder für pelasus war ich wieder nächste cup heißen wird so evolution und empfehlen die gruppe um 30 lp zu rein nehmen hat so was da ich auch von dem lab ne stimmt mit jedem so ein level up items items ausrüstung ich habe es beinahe schon wieder vergessen ja mehr portion und vielleicht mal ja keine schaden okay wenn es regeln oder per se ich konnte gleich auf zeitversuche nach welchen regeln zu drehen weil alle so schnell wie möglich erledigt haben bis er eigentlich als der kommt ein schlag war die stadt seiten wir gesetzlosen aha ja so vielleicht nicht aus und haben wir den bekommen nachdem wir agra beinahe ich weiß nicht jedenfalls über gut gewappnet ich will zum voller durchschnitt fällt mir gerade auch für die nächsten mp und die wenigsten hp von allen mehr quatsch umgekehrt wo für die nächsten mp und dort hat die nächsten hp mein Gott wer war das mit wohl halt ein blitzer alles tot da ja ich glaube nicht so lange dauern das ist auch mein schwer hat das jetzt wieder ein bisschen mehr angriffskraft hat dass die ein punkte sehr gut leute ich habe den kopf haben wir so was von der tasche aber wir können ich glaube auch einzeln versuchen auf jeden fall genug zeit danach weiß nicht ob die erfahrung die punkte oder punkte die belohnung gut genug sind ich glaube schon aber im ersten kampf habe ich noch ein bisschen respekt also für den ersten platz ich habe dann auch so locker wird auf jeden fall gleich mal auf zeitversuchen mal fehlt auf jeden fall so schnell wie mich abilities und belohnung und was weiß ich die fetten abseh ja ich glaube wenn man heißt einsetzt wenn sie sich aufklären ich glaube gar nicht so weit da verschwärts nicht meine zeit wo bist du da bist du auch sparen gut gemacht goofy die funghi oh gerade zur fahrungspunkte die die jetzt die 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 ich habe dir an sie nicht verreckt ja noch ein bisschen zu früh war hat hat der kindergeburtstag sogar leid schaffen können aber damit die dunkle bett war blitz ich war jetzt voll viel abzieht da war ich Ich dachte erst, die Musik wartet so auf mich. Ist du jetzt fertig? Okay. Ist du jetzt fertig? Okay. So, die Kolossalen. Oh, Kolossalen. Au. Ich sehe nur Fett, ey. Ich liebe es, diesen Angriff zurückzuwerfen. Ich fliege mal einen Kilometer weit, wenn man die damit tritt. Oh mein Gott, wie auf Rack. Oh, MP, lange. Oh, MP in den nächsten Kampf, geil. In den letzten Kampf, keiner, TMP. Oh. Und Juffy und Leon sind Platz 1. Wie heil. Oh, Juffy, du kommst als Erster dran. Ah, verdammt. Ah, Final Fantasy Kart, aber eine einzige Schwäche. Noch ein paar Empirgen, es geht. Oh Gott. Oh, ich hab grad grad so Angst. Äh, ich geh auch noch mal sicher über. Ja, Leon, fang. Oh. Eigentlich schon. Wir reden. Kein Torview zu ihr. Wir fangen aus Leon. Nein, ich heile. Du kannst das wagen. Nur ich darf mich heilen. Und Donald. Aber da war zu cool. Das ist mir unbetäubt, ja. Wir reden hier nicht. Wir reden jetzt von Loops. Oh, jetzt tun ich. Hier ablieben. Hier ablieben. Bumm. Du wirst niemals so erfolgreich sein geklaut. Okay, der war mies. Du kannst auch andere angefallen, wenn du willst. Oh nein, Blast Zone. Hey, du brauchst ein Feuer. Uff. Uff. Wenn ich den nochmal im allerersten Kampf gehabt, den... Den Reflektor, ne? Sehr gut, Donald. Aua. Sauf was, man kann ganz schön viel abziehen. Mein Gott, ich treffe ihn nicht. Ich friss das. Oh, der hat auch von Natur gelernt, der Donald. Sehr gut. Der hat gewonnen. Das war ja einfach. Schön. Dann versuchen wir mal einen Fill Cup auf Zeit. Das war aber leider, glaube ich, Triffen. Uff. Wir sind die Chimps. Schön. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen früher eingehen sollen. Tontauber. Ah, noch so ein Angriff. Stimmt. Das war großartig. Es scheint, dass Phil uns einen neuen Helden trainiert hat. Einen neuen Helden trainiert hat. Ist stärker als mich Dixie für einen Helden? Was du willst, brauchst du sein starkes Herz. Wie bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht in Rätsel. Das ist kein Rätsel. Okay. Ja, machen wir den Fill Cup jetzt. Nochmal. Gegen die Zeit. Dann schau ich doch jetzt locker an. Jedenkampf Blitzrahm. Alle weg. Flash auf mal den Dings alleine. Ach, wir sind zu dritt. So noch besser. Guck mal, was kann. Blitz. Zwei Sekunden, geil. Müssen wir eigentlich auch eine gute Belohnung kriegen. Hoffentlich. Wird ja nicht umsonst machen. Oh nein, ich kann kein Blitz einsetzen. Ah, der sagt ja mit einem Schmack weg. Hopf. Genau, der ist ja schneller, Donald. So, da kann ich wieder Blitz einsetzen. Und alle töten. Wo ich glaube, wir sind alle so weit auseinander. Was willst du denn? Ruf. Ja. Noch jemand, wenn noch jemand schnuppern. Ja, ich schaue ich auf jeden Fall. Die Zauberer. So. Mach mal, ich feiert mal weg. Leute. Also, mit Leuten war ich Donald. Oh yeah. Ich bring. Wir müssen eigentlich auch mit einem Blitz weg sein. Affen auf jeden Fall. Und er pennt einfach weiter. Und dann ist er tot. Gestorben, wie er gelebt hat. Schlafend. Was für mich? Ja. War der Mann Zaubertrick sehen? Uh. Alles tot. Wer soll ich keine MP mehr? Jetzt kann ich schon Blitz reinsetzen. Das war doof. Die Adorampen. Erst mal schnarch. Und du wirst du denn? Ja, danke. Bis im nächsten Kampf der Weg verteilt. sagt so schön aber auch ein paar fehler sachen hier machen das glaube ich so geil jetzt hier anzuschauen aber was soll es ich habe noch mal mit 3 ist völlig da waren die füße da war neben dem weg den links kap alleine schaffe ich weiß nicht da ich mich so viel mp verbrauchen hier kann ich mir leisten ich krieg zum lukern schaden soll ich knapp für den großen wechseln war machte mein heiß krönig kaputt geschafft vorlieg schnell techbooster geil noch mal von vorn techbooster ja weil ich habe wieder den tag punkte geil wenn ich noch mehr am ende ja der besuch hier hat sich gelohnt nehmt man das anstatt macht das hier wo natur ein wird auch schneller wieder am leben wird wenn du falsch und wir wissen ja alle wie gerne du so stirbst dann versuchen wir mal den dings alleine ja so es kam zu rhein mit schon klappen irgendwie war erfahrungsgutemäßig ist ja auch gut bei toto treiben nehmen können aber auch irgendwann mal nutze ich nicht so oft aber wenn man die mit drei argumenten muss an diesem gewerflich ist gut wenn man nur eine ausgerüstet hat aber ist schlecht wenn man alle ausgerüstet ich habe gerne alle die madigan er wird ein bisschen länger dauern als zu dritt aber schaffen da kommt ja ein bisschen gefährlicher der letzte kampf wird auch schon ein später wohl eigentlich brauche ich leon ist voll lavarschig und zu viel kannst du leicht mit reflektor erledigen wird schon klappen irgendwie die draufhauen ich dachte sagt die fettwälder und sogar stärker sie im türkopf gerade so auf ich habe mich die atlantiker ausgegangen wäre wenn ich das schwert schon gehabt hätte ich habe gesagt wie sehr viel einfacher aber die waffe nicht so schwach die hatte noch alles von ein reduziert aber für die volltreffer immer voll verstärkt sage ich auch nicht so schwach gewesen sein aber egal die wollte tics allein wegen tech muss hat sich das schon gelohnt der letzte kampf alleine immer bald schon überhaupt nicht verschwindet ich hier noch bekomme da sind die fettwälder ich sehe mal so synchron sein am anfang abwerkraft da könnte ich gebaut und tragbar ist es war es ja wohl schade hat mich jetzt schon alles habt blöden mach ich euch eben alle einzig erwarte jetzt noch mal ein feuerball wir können auch sein hat mein blitz so viel abzieht weil ich jetzt diese dieses magie schlüsse und schwert ausgestattet könnte ich auch sein gleich an gedacht so h gleich portions einsetzen können da kam es so vorbei ist aber egal umzug und durch die funghi ja wir werden klack sein das sage ich schon mal wo er wird lange dauern auch mal habe ich gesagt ich bin nicht aber gut er macht ihr ja noch monster anzahlen die posen auch immer so rum aber herr verwandelte ich zurück macht es wohnen ist ich würde so feuer ein ballern aber dass man hat ja zum teufel machte ihr für kamikaze angeführt also also portion benutzen ich tue eigentlich sonst immer erst magie verballern weil weiß ich magie lädt sich auf items nicht aber portions sind ja nicht so wichtig ich habe zwölf punkte rent sind wir schon leicht bei leon und juffi ich hasse also wenn die immer diesen feuerangriff nur einsetzen dann sind nirgendwo hin der ist gut man und einmal abgüste ich näher möchten dann ich bin mal die nase putzen schon seit den letzten aufnahmen das ist die nase haben wir auch nicht gekriegt die krise hat statt vor meine konzentration wahrscheinlich deswegen spiele ich auch schlechter achten machen wir erstmal leon unschädlich helden der feine fancy geschichte also nicht vom wurfstern mich betäuben die wir reden hier machen wir gleich noch mal aua jetzt halt sich auf hier hoch der stern kam voll mit dir ja super upsala warte dich krieg ich jetzt aua ja ja man nicht nein nein Oh mein Gott, manchmal geht sie mir auch vernerven. Oh. So. Sehr gut. So. Jetzt du. Revenge. Von damals. Boah. Jetzt kann ich den abwehren. Ja, früher musste ich den nur mit normalen Angst abwehren. Jetzt hab ich den Reflektor, ne? Was machst du damit? So. Ha. Boah, ich krieg voll viel mehr jetzt. Ich hör schon immer wieder mich trifft, aber irgendwie werde ich nicht getroffen. So mach mal das. Wir mal den Facepoint, wo sie macht aus Final Fantasy A. Da ist kein Mist bauen. Autsch! Das heißt, du musst meine Schwertampse machen. so ein tausend so noch mal ein foto von mir mit ihm so ohne halkon halten okay ich habe das war's bekommen ich habe schon wieder auf 400 kräftekette da hat kann man noch hier nehmen noch mehr angst kraft jahre wie man das hier ist ja natürlich da wollen wir noch da haben wir noch einmal noch einmal kommt für den wert 9 20 jahre ich habe die ungeschlagene ausgaben wo ich die herausforderung auf zeit machen war irgendwann später also 20 level später oder so nein so spät nicht aber ihr wisst schon und ja ich sage in der nächsten folge machen wir uns auf zur nächsten welt ja okay dann sage ich mal tschüss danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge